Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Ich glaube, am letzten Mal haben wir das letzte Team der Team Star-Bande vernichtet, die Rookbat-Bande. Und heute ist der Chef dran, Cassiopeia. Die, die uns überhaupt an Team Star-Dust beteiligt hat, also an der Operation. Aber vorher haben wir natürlich ein paar Pokédex-Einträge zu erledigen. Über mir ist wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Es sind diesmal nur zehn, keine Sorge. Und wir legen dann jetzt direkt los. Hier haben wir als erstes Schneebedeck, das Frostbarn-Pokémon. Sie scheinen neugierig auf Menschen zu sein und versammeln sich bei Fußspuren, die sie auf verschneiten Bergen finden. Und wir haben auch direkt hier die Entwicklung Rexblüßer, das Frostbarn-Pokémon. Sie erscheinen beim Blühen der Schneeblumen und verschwinden wieder, sobald diese verblüht sind. Niemand weiß, woher sie kommen. Dann haben wir als nächstes Pet Steve, das Eisschollen-Pokémon. Man sollte sich in Acht nehmen, wenn es niesen muss. Bekommt man den eisigen Nasenschlemm ab, führt das zu Frostbollen. Und hier direkt die wesentlich aggressivere Entwicklung, Sibirio, das Packeis-Pokémon. Im Norden wird es als der weiße Dämon gefürchtet. Mit seinen eisigen Klauen und Fangzähnen fällt es seine Beute an. So, Trim, dann mach du mal weiter. Na, ihr Schlingel, hier haben wir als erstes Fiaro, das Stichflammen-Pokémon. Es ist aufgeregt verschwürtes Funken aus dem Zwischenräumen seines Gefeders. Seine Federn werden als feuerfestes Material verwendet. Als nächstes habe ich gerade Helm für euch, das Fellgraben-Pokémon. Seine Schläge sind stark. Aber es kann sich nur langsam bewegen. Aus seinem Mund schießt es eisige Blasen, die seine Gegner immobilisieren. So, als nächstes Magnete und das Magnet-Pokémon. Mehrere miteinander verbundene Magnetilobilden dieses Pokémon. Es heißt, es erscheine in Massen, wenn vermehrt Sonnenflecken auftreten. So, Noah, jetzt bist du dran. Danke, ich mach dann mal weiter. Das ist Cronjuwild, das Jahreszeiten-Pokémon. Dieses Pokémon hat viele Bewunderer, doch seine Form zu dieser Jahreszeit erfreut sich keiner allzu großen Beliebtheit. Als nächstes haben wir dieses wunderschöne Vogel-Pokémon. Das ist Staravia, das Star-Pokémon. Es neigt dazu, sich in großen Schwärmen zu bewegen. Zwischen diesen kommt es zu heftigen Kämpfen. Und als letztes für heute haben wir hier Suelort, das Dornenfisch-Pokémon. Es lebt auf dem Grund von Teichen und Sümpfen. Man kann beobachten, wie es Felino auf seinem Rücken von einem Ufer zum anderen befördert. So, Shining, du bist dran, hilft der armen Cassiopeia. Ja, Leute. Damit haben wir jetzt erstmal alle Pokédex-Einträge abgehakt. Das Problem ist, jetzt ist wieder Tag. In der Zeit, wo ich die Pokédex-Einträge gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach irgendwo zur Nacht skippen kann. Das ist auf jeden Fall die Wahl. Die Wahl. Ja, das war mir von Anfang an bewusst, dass du der Direktor bist. Du musst dir nicht sagen. Im Ernst? Ich glaube dir nicht, dass du der Boss bist. Ich denke eher, dass Pikachu-Mädchen ist es. Und du beschützt sie gerade. Oh, Level 60. Die können... Hier auf jeden Fall jetzt was. Wieder. Und auch sechs Pokémon. Ach, nö, nicht Gena. Turbo-Tempo. Ach, hör auf zu gehen. Du Kario, du Schnaaschneise. Weißt du, was ich mache jetzt Nahkampf. Komm her. Bisschen verteidigen kann ich ruhig einbüßen. Als nächstes Hundemorn. Wir wissen, wer antreten wird. Aber auf jeden Fall Respekt, dass du den eigentlichen Meister von dem Team schützt. Das ist tatsächlich sehr nett. Bogentanz! Bogentanz! Wellen-Tackle kenne ich gar nicht. Ah, okay. Nehme ich mal da anstatt Akkordurchstoß. Ich will Wellen-Tackle sehen. Aber nicht gegen Rex-Blizzard. Es schniet. Und hier kommt ein lodernes Lied. Und schon wonnete ich wieder alles. Mortipod. Ich sag's mir jetzt auf den ersten Blick nix. Ah, die Entwicklung von dem Pokémon. Ich verstehe schon. Von diesem Vitality. Als nächstes kommt Hut-Sassa. Ist das dein letztes? Nee, eins hat er noch. Nur noch bei Londa. Los, Maskagato. So, Bloom-Trick. Beenden wir das hier. Okay. 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 Woah. So, und jetzt den richtigen Gegner, bitte. Ich finde es nett, was die getan haben, Herr Klavier. Das weiß ich. Das weiß ich. Sie können sich auf mich verlassen. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. So, wie kann ich jetzt zur Nacht skippen? Naja, wenn wir schon hier sind, können wir ja erstmal gucken, hat sich hier was geändert? Nicht wirklich. Obwohl, Hauswirtschaft und Kunst gab es, glaube ich, nicht. Okay, jetzt sind wir beim Sportplatz und da ist sie. Cassiopeia. Ah ne, nicht Pikachu Mädchen war es, sondern Evoli. Ich denke immer Pikachu. Ja, ich dachte mir schon, dass du es bist. Das hat übrigens automatisch zur Nacht geskippt, als ich hier hinkam. Ja, ich denke immer wieder. Ich bin ready. Ich bin ready. Der Kampf wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Oh, direkt mit einem Nachthara auch noch. Gut, dass ich Locario am vordersten Front habe. Level 62, okay, du bist deutlich stark. Aurasphäre direkt. Und dann kommt es mit so einer Attacke. Okay, Nachthara ist schon mal Geschichte. Hältst du jetzt mit allen Evolutions-Pokémon an? Ich glaube, die hat echt einfach nur alle Evoli-Pokémon. Die Kampfmusik ist auf jeden Fall geil. So, ich will Wellen-Tackle endlich sehen. Schon wieder Kulaugen. Willst du verlieren? Greif mich lieber an, anstatt meine Werte senken zu wollen. Als nächstes kommt Blitzer. Erdbeben! Aua! Als nächstes kommt Aquana. Ich überlege gerade. Es gibt noch Fulipurba und Glasiola. Das heißt, bei dem nächsten Pokémon mache ich dann Terra-Kristallisierung mit Skele. Sollte dann schon ausreichen. Ich mache einfach Blättersturm. Ich glaube, Cosima will einfach nicht gewinnen. Wieso stehst du noch? Ich vergesse immer, dass Blumenträgen Volltreffer-Garantie hat. Ja, Fulipurba. Egal, welches von den letzten drei Evoli-Pokémon kommt, mit Gelocock sollte ich es besiegen können. Also, von den letzten zwei, entweder Glasiola oder Evoli höchstpersönlich. Nicht sehr effektiv. Nee, Fili, nachher gab es ja auch noch. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, wir beenden es mit einem großen Knall. Das ist tatsächlich die erste Feen-Terra-Kristallisierung, die ich sehe. Tja, in der Form ist Gelocock kein Geister-Pokémon mehr. Und ich habe gesagt, ich beende es mit einem großen Knall. Und das tue ich auch. Ach, Cosima. Und das tue ich auch. 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 Rührend. Und das tue ich auch. 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 Das tue ich auch. Und 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 das tue ich auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was wäre das überhaupt? Vom Prinzip her, wenn der Hacker gut genug ist, können die in jedes System rein. Und dann auch noch zu sagen, so schwierig war das doch gar nicht. Und ich habe die Punkte ausgegeben, macht mich das für ein Mittäter. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Weg, also die Straße der Sterne ist jetzt auch fertig. Jetzt fehlt nur noch eins. Aber sicher zahlen wir einmal über die ganze Karte scrollen. Eventuell auch mal eben kurz einmal rausgehen aus der Akademie. Aber ich glaube, außer der Pokémon-Liga ist jetzt nichts mehr übrig. Den Unterricht, den würde ich gerne nach der Pokémon-Liga nochmal besuchen. Weil da werden dann die meisten Veränderungen da sein. Ich wusste doch, dass noch irgendwas passiert. Ja, Cosima? Ich sage einfach mal Cassiopeia. Klar, das Gespräch können wir noch eben kurz führen. Der Part ist bei mir eh schon ein bisschen länger. Dann machen die ein paar Minuten auch nichts mehr. Komm her, Cosima? Ja. Komm her, Cosima? Wie kommt's? Wie kommt's? Ja. Ja. Das ist mir gerade die stärkste Drachenattacke einfach so gegeben. Ich werde auch zurückkommen. Und damit haben wir die Straßesterne endgültig abgeschlossen. Wir können jetzt Draco Meteor verwenden und herstellen. Das ist auf jeden Fall nice. Okay Leute, storytechnisch haben wir jetzt nur noch die Pokémon-Liga vor uns. Wir haben den Essensweg geschafft und den Sternenweg. Jetzt fehlt nur noch der Arenaweg. So nenne ich die drei Wege jetzt einfach mal. Also beim nächsten Mal sehen wir die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga wird eventuell sogar in zwei Parts unterteilt, je nachdem wie stark die sind. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann ist das ein Erbo und ein Nektar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!